An diesem Montag haben Klimakleber und Kleberinnen der letzten Generation erneut versucht, den morgendlichen Berufsverkehr in Berlin lahmzulegen. Die Berliner Verkehrsbetriebe warnen vor Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr wegen der Proteste. Am Sonntag hatten die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation versucht, den Berlin-Marathon zu unterbrechen. Laut Polizei wurden 31 Personen kurzzeitig festgenommen. Zum Markenzeichen des Protests wird in Berlin die Farbe orange. Nachdem die Klimaaktivistinnen und Aktivisten das Brandenburger Tor mit oranger Farbe besprüht haben, die sehr schwer zu entfernen ist, verteilten sie auch beim Marathon Farbe auf dem Asphalt. Videos zeigen, wie mehrere Personen versuchten, sich vor den Marathonlöfferinnen und Läufern auf die Straße zu legen, bevor sie von der Polizei und den Sicherheitskräften weggezogen wurden. Ein Augenzeuge berichtet gegenüber AFP von seinem Schock, er habe auf den Beginn des Marathons gewartet, als er sah, wie Aktivisten und Aktivistinnen mit einem Eimer Farbe über Absperrungen sprangen. Das kam wirklich aus heiterem Himmel, es war so plötzlich. Wir waren überrascht und hatten Angst und wussten nicht, was mit uns passiert. Es war einfach schrecklich, sagte er.